Ein riesiges, tolles Einfamilienhaus im Norden von Philadelphia wird nun zu einem Zweifamilienhaus umgebaut. Ganz klar, ein großes Einfamilienhaus lässt sich schwierige vermieten als zwei Apartments. Das Ding braucht aber eine Menge Arbeit. Schauen wir uns die Details an. Let's get into it! Willkommen bei der Lucas Show. Hier in diesem Video, wie eingangs angekündigt, geht es um den Umbau eines riesigen Einfamilienhauses. Du siehst das Haus in diesem Video vor dem Umbau, beziehungsweise wir haben gerade damit angefangen. Das Haus steht im Norden von Philadelphia, nur ein paar Blöcke von der Tempel-Universität entfernt. Tempel ist eine riesen Universität, das ist auch ein riesen Wirtschaftsfaktor in der Innenstadt von Philadelphia. Den Link zu Tempel, den setze ich dir einfach mal unter das Video. Schaust dir an, eine riesen Universität, eine Menge Fakultäten, eben ein Wirtschaftsfaktor. Und genau in der Nähe dieser Universität, ein paar Blöcke davon entfernt, steht dieses noch Einfamilienhaus. Am Ende des Videos erfährst du, warum sich die Bauarbeiten verzögern und was das Ganze schon wieder mit einem Polizeieinsatz zu tun hat. Alle Details am Ende des Videos. Zum Hintergrund des Hauses. Wie bereits eingangs erwähnt, das Haus liegt in der Nähe der großen Tempel-Universität, also einiger Fakultäten davon. Ganz logisch, großes Haus. In diesem Fall wurde von einer Studenten-WG als Ganzes gemietet. Das heißt, die haben sich das untereinander als Zimmer untervermietet. Das war der Hintergrund beim Kauf dieses Hauses. Leider war das Objekt vom vorherigen Eigentümer komplett nicht instand gehalten worden. Also hier sagt man dazu, es war ein Disrepair. Und dieses Disrepair, ja, das hat halt nach und nach zu Problemen geführt. Aber das Ziel der Studenten war natürlich, so lange wie möglich in diesem Haus zu bleiben. In der Nähe der Uni, das war bequem, die müssen nicht umziehen. Und das war natürlich auch im Interesse des Investors. Das heißt, je weniger Turnover, also je weniger Ein- und Auszug an diesem Haus, desto besser. Das heißt, es war ein Haus in Disrepair, voll vermietet. Und die Studenten haben hoch und heilig geschworen, dass sie sich drum kümmern und dass sie die Probleme in Eigenregie lösen. Ja, die WG-Verwaltung, die klappte jetzt nicht so gut. Das kam einfach immer mehr und mehr zusammen. Es gab undichte Rohre, Wasserheizer war kaputt gegangen, stand schief, Gasprobleme, you name it. Also da kam eine Menge zusammen, was die Jungs, alles Geisteswissenschaftler, jetzt nicht mit der Handarbeit irgendwie umsetzen konnten. Keine Kritik an Geisteswissenschaftlern, da gibt es auch fähige Handwerker. Diese Jungs gehörten nicht dazu. Da sich ja nun dann eben die Meldungen häuften, das heißt, die Handwerker mussten immer wieder ausrücken, ein-, zweimal die Woche sogar, um irgendwelche Probleme zu fixen, musste irgendwann mal ein Schlussstrich gezogen werden und gesagt werden, Jungs, seht es ein, ihr könnt es nicht, ihr zieht bitte aus, das Ganze wird jetzt eine Gefährdung. Ihr müsst ausziehen, wir renovieren das Haus komplett, weil es geht nicht, wenn jemand drin wohnt, dass wir Wände rausreißen, Rohre rausreißen, Bäder entfernen und so weiter und so fort. Eine Kernsanierung kann nicht stattfinden, wenn ihr noch drin seid. Das heißt, der ganze Zustand, wie er dann war, führte eben zur Räumung des Hauses. Die einen mochten das, die anderen mochten es nicht. Aber klar, wer will denn auf einer Baustelle wohnen, das macht keinen Sinn und es musste gemacht werden. Also zogen die Jungs dann aus. Aber schauen wir uns nochmal alle Fakten zu diesem Haus jetzt bei Zillow an. Das ist auch bei Zillow, also jedes Haus hier ist bei der Plattform Zillow. Und wir können uns auch die Daten von vor zwei Jahren zu diesem Haus nochmal anschauen. Die Bilder von damals und alle Fakten. Also auf geht's zu Zillow. Ach ja, und den Link, den findest du natürlich auch unter diesem Video. Hier siehst du das Listing von diesem Haus bei Zillow. Wir sind hier in der 2248 Nord Park Avenue im Norden Phillies. Das ist hier die Karte dazu. Das heißt schön genau an der Broad Street, also fast an der Broad Street, einen Block von der Broad Street weg. Hier haben wir zum Beispiel auch Tempel Universität und verschiedene Fakultäten. Und hier ist das Philly Stadtzentrum. Wir sind in der Mitte von Nord Philadelphia mit diesem Haus. Was wissen wir zum Haus? Bei Kauf waren es fünf Bedrooms, drei Bäder auf 2300 Square Feet verteilt. Gekauft wurde das im Dezember 2020 für 205.000 Dollar. Es ist, das heißt so wie es war, in diesem Zustand wie es war, ohne Reparaturen, die gemacht werden mussten. Und natürlich mit der Übernahme des bestehenden Mietvertrages der Studenten-WG. Nochmal der Vorteil, die WG konnte bleiben, wo sie war. Es gab keine Mieterhöhungen und für den Investor war das ein lohnendes Investment. Der Preis war richtig und wie du hier schon siehst, der Zestimate von Zillow heute stand nicht mal zwei Jahre später. 366.000 mit faktisch Nichtstun ist dieser Wertzuwachs hier entstanden. Nichtstun ist nicht ganz richtig. Es waren immer mal Handwerker draußen, die bei den Jungs da nach dem Rechten schauen mussten und die Handwerkskunst der Studenten reparieren mussten. Was haben wir noch? Also wir sehen hier den Zestimate. Also wie gesagt, der Zestimate 366.000 ist nur ein Pi mal Daumen wert. Ich würde ihn nicht für voll nehmen. Aber in der Region wird der Wert dieses Hauses schon liegen. Gucken wir uns die Bilder an. Also das sieht eigentlich ganz toll aus hier. Das ist ein Rhein-Mittelhaus, Stadthaus würde ich es nennen. Das ist eine schöne ruhige Straße, also auch grün. Links, rechts große Bäume und die ganze Straße sieht eigentlich so aus. Also die Häuser sind alle ähnlicher Stil. Was haben wir noch? Ja, einen überwucherten Garten hinten. Da gibt es auch nochmal ein schönes Foto, wie der dann aussieht, wenn alles rausgeräumt ist. Die Küche war in diesem Zustand, als das Haus gekauft wurde. Okay, nicht oberste Liga, aber hey, hier geht es um ein Mietshaus und nicht um den Küchentraum, den man sich selbst verwirklicht, oder? Ja, Gasherd haben wir hier, Mikrowelle, ältere Fenster sehen wir schon. Interessant, mitten im Wohnzimmer, Esszimmer, eine Handelbank. Aber hey, es war eine WG. Ja, Badezimmer. Die einen mögen es, die anderen sagen ekelhaft. Und die anderen stört es nicht, die Jungs hat es nicht gestört. So what? Ja, das ist die untere Etage, also Wohnzimmer, würde ich sagen. Hier haben wir noch einen Kamin, vergeht ja der Fenster, aber das ist jetzt nicht eine gefährliche Gegend oder so, sondern das hat man einfach in Philadelphia bei vielen Häusern. Das ist jetzt ein Zimmer oben. Das ist dieses schlaurige Badezimmer. Das ist der vordere Teil vom schlaurigen Badezimmer. Ja, also klassischer Meer-Apartment- oder Meer-Zimmer-WG-Schnitt und auch so eingerichtet von den Jungs. Also ich sage immer die Jungs, weil es waren alles Jungs, weil es keine Mädels dabei sind. Was sehen wir hier noch? Wo liegt es? Wir sehen hier Townhouse, 1915 gebaut. Cooling, gibt keine Klimaanlage, gab zu diesem Zeitpunkt keine Klimaanlage. Electric, also Window Units, das sind diese Dinge, diese hässlichen da, die im Fenster hängen. So was zum Beispiel Forced Air, Natural Gas Heating. Dann sehen wir hier, wann es gekauft wurde für 92 Dollar pro Square Feet, für 205.000 im Dezember 2020. Ja, da gab es ein bisschen Nachverhandlungen hin und her. Also hier waren 103 erst gefordert, also 230. Und der finale Preis waren dann 205 all in. Das heißt, Closing-Kosten, alle Kosten trug der Verkäufer. Gar kein schlechter Deal, oder? Ja, Texas, 1152. Kannst du nicht meckern. Aber in Philadelphia sind jetzt die Häuser neu bewertet worden. Neu bewertet heißt, die Stadt ging hin und hat die Texas re-evaluated. Also ist einfach hingegangen und hat gesagt, okay, dein Hauswert ist jetzt das Dreifache gestiegen. Weißt du was? Wir trippeln einfach mal auch deine Steuern. Das ist bei vielen Häusern passiert. Wird jetzt durchschlagen in der Community und wird auch dazu führen, dass, glaube ich, meiner Meinung nach, mehr Häuser jetzt auf den Markt kommen und viele Eigentümer unter Wasser geraten, wenn sie nicht schon unter Wasser sind. Weil die dreifache Steuerzahllast ist für viele, auch wenn es in diesem Fall nur 1100 Dollar wären, für viele ist es einfach zu viel. Das schaffen sie nicht. Von daher, nicht einfach. Ja, Comparables interessieren uns nicht. Das Haus ist schon gekauft. Der Deal ist schon geclosed. Die Renovierungsarbeiten können beginnen. Schauen wir uns das Haus einfach mal von drinnen an. Gehen wir ins Haus. Halt, stopp! Bevor wir jetzt ins Haus gehen, noch eine Bitte. Dir gefallen meine Themen, meine Videos? Dann zeigst du mir das am besten, indem du einen Like da lässt, den Kanal abonnierst, falls du es noch nicht gemacht hast. Das hilft dem Kanal und motiviert mich natürlich, mehr Zeit und Aufwand in die Videos reinzustecken. Gleich vorab, Content ist gar nicht das Problem. Der Zeitaufwand für diese Videos ist enorm. Mit einem Abo und einem Like motiviert mich das. Danke dir schon mal dafür. Jetzt gehen wir auch ins Haus rein. So, das ist ein spannendes neues Objekt. Das war schon vermietet, ist jetzt leer und kann jetzt komplett renoviert werden. Gehen wir mal rein und schauen es uns an. 224819 in Philadelphia. Schöne Stahltür hier. Da haben wir die Feueranlage. Und da ist der Plan. Das wird ein Apartment hier oben. Das wird ein 5-6 Bett drüber parken. Das ist ziemlich groß. Und das hier unten wird auch ein Apartment. So, wir sind hier im Wohnzimmer. Oder was mein Wohnzimmer war. Der alte Kamin. Schöne hohe Decken. Der Fußboden ist toll, aber ich glaube, der ist nicht mehr zu retten. Der ist zu dünn inzwischen. Der ist schon alt und sehr oft geschliffen. Da ist nicht mehr viel los. Das hier ist das alte Wohnzimmer. Das hier wird noch ein Schlafzimmer werden. Hier kommt noch ein Zimmer rein. Badezimmer. Einfach mal fantastischen Tapeten hier. Hervorragend. Dann haben wir hier eine sehr schöne Spiegelwand. Und hier ist die Küche. Das ist eigentlich alles da. Gasherd. Küche ist einfach. Weiß gehalten. Beziehungsweise Holzfarbe. Die wird nur gestrichen. Das hier ist ein bisschen Siding. Also das kommt an die Seite vom Haus. Ich mag den Fußboden, aber schade. Der ist, glaube ich, nicht mehr zu retten. Also mal schauen. Wir haben hier noch ein kleines Lüftungsloch in das neue obere Apartment. Bis zum Dach. Kann man da durchgucken. Schön. Also Plastering. Also Plaster. Was heißt Plaster auf Deutsch? Also ich schreibe es mal in die Kommentare. Auf jeden Fall. Das war an der Decke dran. An den Wänden dran. Und teilweise auch schon mit Trockenwand einfach mal überpinselt. Das hier war mal eine schöne Tür. Haben sie Holz rein gemacht. Das war mal Glas, glaube ich. Oben sehen wir gleich noch. Eine schöne doppelte Tür. Sieht auf jeden Fall toll aus. Wo ist es schon mal neu. Das sieht gut aus. Das sah vorher ganz, ganz schlimm aus. Schauen wir mal in den Keller. Hier haben wir ein paar neue Balken. Der Treppenaufgang war völlig verrottet. Die Kelle hier wird ausgebaut. Lumber sind auch gerade. Also Holz. Die Preise sind skyrocketed. Also richtig durch die Decke gegangen. Das sind hier Werte. Das sind Assets. Hier haben wir noch ein paar Columns. Also einfach mal ein paar Stützpfeiler. Das Plumbing hier hinten. Das war ein bisschen durch. Das wurde auch neu gemacht. Elektrik ist eigentlich okay gewesen. Hier wird alles noch schön mit Trockenwand versiegelt und ausgebaut. Die Riesenheizungsanlage. Naja riesig ist sie nicht unbedingt. Aber stark ist sie schon. Gas, Water Heater. Ein größerer. Weil es in zwei, beziehungsweise drei Familienhaus muss man sehen. Da ist noch ein alter Öltank. Aber sonst ist das hier unten eigentlich ganz spannend. Cool. Also die Deckenhine finde ich toll. Das war der alte Kamin. Der wird nicht mehr benutzt. Kommt weg. Die Fenster sind auch schön hoch. Aber ausbruchs- oder einbruchs- oder einbruchs- sicher. Je nachdem wie man es nimmt. Ja, sieht doch eigentlich jetzt nicht schlecht aus. Gehen wir mal hoch. Das hier war ein Badezimmer. Das wird auch wieder ein Badezimmer. Das ist dieses Latch. Und dann kommt so ein Blaster obendrauf. Und wurde so reingeschmiert. Das hier so wie hier drüben so durchgedrückt wurde. Und dann dann drin gehalten hat. Das wird ausgetauscht. Das wird also rausgemacht. Und mit Drywall, also Trockenwand, verkleidet. Hier oben sieht man die andere Variante, wie sie das vorher gemacht haben. Also Blastering unten drunter. Und weil man zu faul war, das Blastering runter zu machen, hat man einfach Trockenwand drüber gemacht. Fertig ist der Lack. Die Anschlüsse haben wir hier. Und so sieht ein Badezimmer ohne Badezimmer aus. Dann haben wir hier diese schönen Double Swing Doors, also Double Doors. Die sind eigentlich wirklich super. Echtes Glas da drin. Und klar, der Fußboden, wie gesagt, der kauft Liebe. Aber der kann auch wieder schön werden. Und dann oben, die Decke, die war abgehängt. Dann haben wir sie runtergemacht. Und jetzt sieht man hier dieses alte Crown Mold, wie heißt das, also diese Verkleidung in den Ecken. Aber das muss auch mal gemacht werden. Also hier war mal ein bisschen Wasserschaden. Ja, aber sieht doch geil aus eigentlich. Also das kann schon schön werden hier. Cool, da haben wir einen Kleiderschrank. Da oben ist ein kleiner Storage-Bereich. Da hat es mal reingeregnet, wie es ausschaut. Aber das ist das Gute an der alten Tapete, die man da oben sieht. Da sieht man, wo die Flächen und wo die Problemzonen waren. Strom, alles neu verlegt. Oh, hier nochmal vor. Also Fußboden sieht geil aus. Geil ist Definitionssache. Also das Badezimmer ist von zwei Seiten zugänglich. Da ist der Hof. Das wäre jetzt hier ein Schlafzimmer. Ich finde, das wäre ein anderes Schlafzimmer. Kleiderschrank. Und hier haben wir auch das dritte Schlafzimmer auf dieser Etage. Auch wieder mit so einem schönen eingebauten Wandschrank. Und wirklich einen geschmackvollen Stil von Tapeten in diesem Haus. Genau. Also das wird auch wieder schön gemacht. Also der Fußboden. Dann kommt nochmal so ein Hardwood Flooring Porn. Hier sieht man, dass der Kleiderschrank nachzudriggis eingebaut wurde. Cool. Gehen wir noch eins hoch und dann sind wir da, glaube ich, auch schon oben angekommen. Da gibt es dann nur noch die Bocke. Die Herbe, die hängt ein bisschen zur Seite. Das ist aber nicht so schlimm. Dann haben wir hier das, wenn ich richtig gefehlt habe, fünfte Schlafzimmer. Das fünfte Schlafzimmer. Und das sechste Schlafzimmer. Und auch hier wieder kleiner Stand. Eingebaut. Sicherheitsmaßnahmen. Der Fernsehsimulator. Das ist eigentlich hier eine nette Straße. Recht nah an der Tempel-Universität. Stadtzentrum Philippas. Also das ist eigentlich schon Zentrum. Kleiderschrank. Hier nochmal ein Schlafzimmer. Kleiderschrank. Die Wand hier kommt zu. Das ist dann der Durchgang zum Badezimmer. Gehen wir mal außen rum. Das ist das Badezimmer. Das war so ein bisschen schlauchig. Da kamen jetzt hier ein paar Wände raus. Und das sieht dann neu so aus. Da hinten ist Dusche. Toilette. Und hier ist Waschbecken. Sehr gut. Und dann fielen das letzte Schlafzimmer noch. Das ist klein. Kann auch Office sein. Und da hinten haben wir schon die Tempel-Universität in die Richtung. Ganz cool. Also Lüftungsanlage, Heizungsanlage ist schon da. Versorgt das ganze Haus für ein Schlafzimmer. Das wird ein interessantes Konzept. Mal gucken, was unten draus wird. Da ist noch die Überlegung, ob das eine neue Wohnung wird. Und ob das eine Wohnung bleibt. Aber das wird noch entschieden. Da halte ich dich auf dem Laufenden darüber. Lied kann man richtig als Archäologe gucken, wie viele Schichten da drunter sind. Also hier oben, diese ganzen zwei Etagen werden eine Wohnung mit sechs Schlafzimmern bzw. fünf Schlafzimmern und einem Office. Das hier Office oder was auch immer. Und unten wird auch eine Wohnung werden. Das ist spannend, oder? Ups. Wenn man sich das hier mal anschaut. Gerade ist anders. Muss gestützt werden, oder? Nun, hier ist noch ein kleines Problem. Da ist die Frage, ob diese spannende Verkabelung, ob die hot ist. Und das ist ein Klassiker. Das ist die klassische Knob-and-Tube-Verkabelung. Also genau das da. Wie geht es jetzt weiter? Du hast gerade im Durchgang gesehen, die Renovierungsarbeiten sind in vollem Gange. Da gab es aber ein paar Verzögerungen und Rückschläge. Die Klimaanlage für dieses Haus musste komplett neu gemacht werden. Zwei Units, also zwei Apartment, sollen ja rein. Das heißt, jedes Apartment braucht eine eigene Klimaanlage. Heizung-Klimaanlage-Kombination, neues Dakt-System, also diese Ventilationsrohre und komplett neue Systeme. Gut. Dieses Projekt war ausgeschrieben oder beziehungsweise war beauftragt bei einem Klimaanlagen-Installateur. Nennen wir ihn Klaus, also Klima-Klaus. Klima-Klaus, der wollte jetzt nur mitten im Projekt mehr Geld als ursprünglich vereinbart. Vereinbart heißt, es gibt einen Vertrag, ein SOW heißt das, ein Statement of Work. Da steht der Scope drin, was soll er machen, zu welchem Zeitpunkt und so weiter und so fort. Also schön detailliert. Dieser Vertrag war Klimaanlagen-Klaus nun vollkommen egal. Er wollte mehr Cash haben, grundlos. Es kann natürlich immer mal sein, dass irgendwas in dem Projekt auftaucht. Also diese Häuser, mit denen wir uns hier beschäftigen, die sind speziell. Ganz klar, da ist immer irgendwas. Du machst eine Wand auf, du kannst nicht reingucken, du siehst, was dahinter ist und stellst fest, das Projekt wird teurer. Sowas passiert immer und da gibt es auch keine Diskussion. Mehr Aufwand, der durch sowas verursacht wird, der wird bezahlt. Klima-Klaus hatte sowas nicht. Klima-Klaus wollte einfach nur schlichtweg mehr Geld haben. Er hat ein anderes Projekt gehabt, wo er vielleicht mehr verdient hätte, was auch immer. Und wollte jetzt seinen Verlust recoupen und hat gedacht, er gibt jetzt einfach mal die Arbeit, stellt er ein und sagt, er braucht mehr Geld. Vorher macht er nicht weiter. Ja, aber mehr Cash gibt es nicht. Und dann hat Klimaanlagen-Klaus durchs Telefon Sachen gesagt, da habe auch ich neue US-Schimpfworte gelernt. Das war echt spannend. Nun, was war jetzt seine Lösung? Er wollte mehr Geld haben, beziehungsweise hat die Arbeiten eingestellt. Mehr Geld gibt es nicht. Klimaanlagen-Klaus macht was? Ach ja. Des Nachts steigt er ins Haus ein, tritt die Tür ein und baut die Klimaanlagensysteme einfach wieder aus und nimmt sie mit. Klima-Klaus ist für Klimaanlagen-Spezialist, nicht für Überwachungssysteme. Was Klima-Klaus nicht wusste ist, dass Kameras mitlaufen und ihn und seinen Partner bei der Arbeit einfach mal überwachen. Diese ganze Aktion von Klima-Klaus und was sich daraus ergab, ist eigentlich faktisch ein komplett eigenes Video mit städtischem Inspekteur, Polizeieinsatz, Polizeianzeige, Haftbefehl, die ganze Bandbreite wieder mal. Aber Klima-Klaus ist jetzt ein gesuchter Verbrecher mit einem Arrest-Warrant. Das heißt, bei der nächsten Polizeikontrolle, mit der er angehalten wird und sein Führerschein gecheckt wird, ja, da bleibt sein Auto stehen und Klima-Klaus wird von der Polizei aufs Revier gefahren und ja, von da an geht es dann weiter. Es wird nicht langweilig. Diese Aktion ist natürlich ein Problem, also das verzögert die gesamten Bauarbeiten. Die Klimaanlage und die Heizung ist ein zentrales Element, muss von der Stadt inspiziert und abgenommen werden, bevor er weitergemacht werden kann. Das verzögert die Bauarbeiten natürlich immens. Das Objekt wird trotzdem in den nächsten Wochen fertig. Wenn du den fertigen Zustand dieses Zweifamilienhauses, also dieses neuen Zweifamilienhauses, nicht verpassen möchtest und natürlich auch das Video von Klima-Klaus, dann musst du auf jeden Fall meinen Kanal hier abonnieren, die Glocke aktivieren, dann wirst du sofort informiert, wenn ich dieses Video hochlade. Und jetzt danke ich dir für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.